Das hier ist Elsa und Elsa ist eine von unseren vier Kühen hier im Dorf Santana. Elsa hat eine sehr, sehr bewegende Geschichte, weil die schon beim Schlachter war. Und sie hat es tatsächlich geschafft abzuhauen und war dann zehn Wochen freilebend in einem Waldgebiet und konnte dann endlich eingefangen werden und ist dann über Umwege zu uns gekommen. Dementsprechend ist aber Elsa auch recht traumatisiert. Sie tut sich sehr schwer damit, Vertrauen zum Menschen zu fassen, einfach aufgrund der Situation beim Schlachter damals. Aber sie macht totale Fortschritte und lässt sich immer besser handeln von uns. Elsa sucht genauso wie unsere anderen drei Kühe auch noch weitere Paten, die ihr den Lebensunterhalt hier sozusagen im Dorf Santana finanzieren. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!